Erster Ladestopp in Hilden, läuft ganz gut, da steht er, der Dolphin Acula, ist jetzt auf 80% hochgeladen und gleich geht es weiter. So, im Tesla-Bett, gut nicht so groß zu sein, denn das passt hier so ziemlich genau vom Kofferraumdeckel bis zum Sitz, auf einer mehr oder weniger gemütlichen Luftportrat, obwohl die ist gar nicht so schlecht, eben habe ich aus Versehen den Alarm ausgelöst, das ist brutal. Dann gibt es nicht nur typisches Alarmgeräusch, sondern hier innen wird auch die Musikanlage auf volle Pulle aufgedreht. Das Ganze hier ist zwar sicher, aber auch ziemlich hell. Na, jetzt mache ich mal die Lampe aus. So, bonnie. Das kann man morgens besser machen als auf die Matte, während der Bursche hier nochmal auf 100% volllädt, damit ich jetzt möglichst weit komme bis zum nächsten Laden. Ja, das nenne ich mal eine recht idyllische Ladesituation in Sand. Ja, das macht es vielleicht auch nicht. Almost there. Letzter kleiner Ladestopp. Praktisch direkt vor der Haustür. Angekommen.